Ich begrüße alle total und recht herzlich alle Kunden, die staunend hier im Studio Star Wars sehen. Star Wars, total und recht herzlich willkommen zur... Star Wars Show, richtig, willkommen total und recht herzlich bei der Star Wars Show in Deutsch. So, wir wollen euch aber nichts unbedingt verkaufen. Wir wollen euch aber Informationen setzen. Wir setzen Informationen und zwar am 5.12. kommt endlich die Staffel 3 von The Rebels. Ihr wisst, ich weiß, USA hat alle 22 Folgen der dritten Staffel gesehen und die Blu-Ray kommt auch im Dezember, Staffel 2. Europa wird ein bisschen, wir wissen es mittlerweile, ja. Star Wars ist halt USA. In Star Wars USA gibt es alles. Ihr könnt es versuchen, über Brasilien die Ware zu beziehen, über Amerika die Ware zu beziehen. Schade, wir haben kein TTIP, wir haben kein CETA, wir haben kein Abkommen. Schade eigentlich. Für uns, die Star Wars Involvierten, wir, die mit Star Wars groß geworden sind, wir, die Star Wars mögen, wir, ne, bei Facebook zum Beispiel, die Begeisterten, 100% Film, Foto, Film, Theater, Begeisterten, ja, sind ein bisschen knurrig, weil Amerika hat alles und wir haben nichts. Ja, wir haben Kylo, wir haben Kylo Reign, ist klar, aber heute geht es darum, die neuen Sachen sind eingetroffen, viele haben ja schon, viele wissen ja auch darüber Bescheid und viele wissen natürlich nicht darüber Bescheid und diesbezüglich machen wir ja hier die Sendung. Ja, wir stellen also nicht nur den Kylo Reign vor, der demnächst ab 8 ein bisschen näher kommt und ab 9 wissen wir dann Bescheid, ob er überlebt hat oder nicht. Das Wetter wird jetzt bei Rube 1, da wisst ihr ja, die Figuren sind angekommen, aber ich stoppe und bleib nochmal eben kurz bei Kylo Reign. Kylo Reign, ein Kunde hat gefragt und wir haben für den Kunden es besorgt. Kylo Reign, eine wunderbare Schachtel, wunderbar verarbeitet. Und die Preise, Preise, die Preise sind natürlich überall zu erfahren im Internet, wozu haben wir das? Wir wollen das einfach nur analysieren und ich muss aufpassen, weil dieses ist schon verdammt gut verarbeitet, aber die Lichter hier blenden. So, wie gesagt, total herzlich willkommen zu Kylo Reign. Eine Sonderedition von Kylo Reign, eine 15 cm Figur, wunderbar verarbeitet, wir haben uns die also näher betrachtet. Der Helm von seinem Großvater aus Metall. Der Helm von seinem Großvater ist aus Metall, sein Helm ist auch aus Metall, passt wirklich auf die Figur, man kann sie wirklich drauf. Man kann diese Figur wunderbar, ist jetzt natürlich hier arretiert, ist klar. So, ausgeliefert wird dieses mit dem großen Leuchtschwert und natürlich mit dem einfachen Schwert. Es sind also zwei Schwerter in dieser Deluxe-Version drin. Dann ist natürlich die imperialistische Fahne, ist klar, erinnert uns an andere Geschichten, aber kann jeder so handhaben, wie er es möchte. So, wie gesagt, Kylo Reign ist eingetroffen, der Kunde hat nachgefragt. Ja, lieber Kunde, wenn wir dieses Video sehen sollten, die Ware ist da. Denn wir haben die ja natürlich wegen der Sendung alles als Kulisse. Und nach dieser Sendung zum Beispiel ist dann das gute Stück zu haben. Weihnachten erscheint ja bald. Wenn man da so einen linken Arm, den roten da, ist da gleich näher. Das ist nämlich der erste Nikolaus, der da schon steht. Wir haben nämlich jetzt vieles vor. Heute ist die letzte Sendung im Oktober oder vielleicht auch die vorletzte. Mal schauen. Hier in dem YouTube-Kanal bei Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV und bei den Sammelfiguren TV. So, da ist sie nun, die Figur. Wirklich gut verarbeitet, guter Kleppverband hier. Ist nicht so einfach aufzumachen, aber sie ist da. Nun, so einfach hat man jetzt festgestellt, kommt man an die Figuren ja nicht heran. Weil viele sind dann Import aus China oder anderswo. Wir beziehen natürlich aus dem deutschen Raum, von unseren deutschen Herstellern, beziehen wir die Ware. Ist also absolut europäisches Produkt, kein Auswärtsprodukt. So, wen haben wir denn noch? Obi-Wan Kenobi, der Darsteller McGregor, ist momentan on Tour, weil er selber einen Film gedreht hat, als Regie. Und er plauderte, McGregor würde gerne als Obi-Wan zurückkommen. Da sind wir natürlich direkt. An sich könnte Disney bei Null anfangen, weil wir jetzt mit Rogue One, da komme ich gleich drauf, weil wir ja mit Rogue One einen Zwischenpart haben, ein 3A auf Deutsch gesagt. 1, 2, 3 haben wir gesehen, jetzt kommt 3A sozusagen, der Zwischenaufbau zwischen 3 und 4, wie der Todesstern, beziehungsweise wie die Rebellen da rangekommen sind. So, Obi-Wan Kenobi natürlich in seiner First-Ausgabe der damaligen Zeit ist natürlich da. Die Figur ist beleuchtet, 3A-Batterien müssten da rein. Ist also alles beweglich mit Sound-Effekten. Ja, Obi-Wan Kenobi, und wenn man dann den R2-D2 noch in der richtigen Größe daneben stellt, sieht das perfekt aus. Man hat dann ein wunderbares Diorama. Das ist die 6-inch-Geschichte. Wenn man also wie gesagt aufbaut, dann hat man die gleiche, sie leuchtet, sie spricht und Hilf mir, Obi-Wan Kenobi, hilf mir, Obi-Wan Kenobi. Also wie gesagt, mit Batterien. Und McGregor möchte gern zurückkommen. Ist auch eine wunderbare, schöne Sache, auch für einen Kunden bestellt. Wenn höhere Nachfrage ist, ist natürlich bei uns das alles zu bekommen. Man muss das also, kann das hier in unserem Shop abholen, ist überhaupt kein Thema. Den haben wir den dann noch. Ich sprach davon, ich sprach von Rook-Wan. So, Rook-Wan ist ja zwischen 1, 2 und 3, kommt dann Rook-Wan, wie diese Darsteller jetzt hier die Pläne des Todesstern an sich reißen. Wir haben ja schon alles gesehen, wir dürfen nicht allzu viel erzählen. Die Nachdrehs, der neue Komponist, alles fertig. Also am 15.12. ist das gute Stück im Kino dann zu sehen. Also wie gesagt, die Figuren werden hier auch ausgestellt. Die Figuren sind auch hier zu haben. Wir lassen uns natürlich ab November und im Dezember einiges einfallen. Ihr könnt euch mit dem Kylo Rain fotografieren lassen oder filmen lassen und auch andere Figuren werden ja dann hier sein. Ja, wir sind nun mal Tricktechnik. Wir haben also auch Tricktechnik. Wir können natürlich euch genauso groß machen wie diese Figuren und ihr könnt dann mit diesen Figuren in der Größe dann kämpfen etc. pp. Aber darauf kommen wir natürlich dann im November und im Dezember. Jetzt in der letzten Ausgabe wollen wir euch halt die neuen Figuren zeigen, die eingetroffen sind. Und weil viele Kunden gefragt, haben wir die jetzt bekommen. Wir haben sie also geordert. Ihr wisst, also die Eingefleischten wissen über Disney, über andere Firmen beziehen. Disney ist klar, macht es zwischendurch günstiger. Wir brauchen sie halt nur für unsere Kulisse. Wir brauchen sie für unsere Ausstellung, denn wir haben uns nämlich alle besorgt. Wir haben jetzt alle Disney-Figuren. Ein paar fehlen noch. Aber der größte Teil ist gekommen, ist erschienen. Auch dieses gute Stück wurde mal wieder mit so einem Henkel, den ersten haben wir euch auch vorgestellt, jetzt auch mit so einem Henkel. Da sind sie dann alle drin. Und zwar aus der Folge 1 bis 3. Und auch die Thematen sind da drin. Wenn du kämpfst gerade. Den Imperator, glaube ich, haben sie nicht drin. Aber wunderbar. Wenn man genau hinschaut. So filigran gearbeitet, wie die Schauspieler wirklich ausschauen. Auch diese berühmteste Kampfszene aus 4. Ja, Obi-Wan Kenui. Dann die Sand. Und auch demnächst Han Solos Freund. Alles da. Da ist der Imperator. Also der Imperator, alles drin. Wookie. Also das ist die Variation jetzt aus Teil 1. Sogar 4 mit drin. Ja. Auch Roger, Roger. Also ein wunderbares Playset für Jugendliche. Auch zum Sammeln, zum Hinstellen. Also wir brauchen das für unsere Dekoration. Ist auch zu erwerben, ist richtig. Aber ihr wisst ja, ruckzuck ist das ausverkauft. Ruckzuck ist es weg bei Disney. Darum haben wir uns ganz schnell besorgt. So, das war die andere. Auch mit dem Griff. Na, zum Mitnehmen. So, da waren die anderen. Jabba ist dabei. In Karbonit eingeschweißt, unser Han Solo. Lea da in ihrem berühmtesten Kostüm. Einige sind natürlich doppelt. Aber ist es euch vorhin aufgefallen? Ist es euch vorhin aufgefallen? Nein, ist es nicht. Ja, da ist er nämlich. R2-D2 mit seinem roten Arm. Teil 7 mit Kylo Ren war er ja mit dem roten Arm. Viele fragen sich, wieso hat er ja einen roten Arm? Gut, da gibt es nämlich eine sogenannte Geschichte zu. R2-D2 gibt es einen Zeichentrick, beziehungsweise ein Comic. Es gibt einen Comic mit R2-D2 und da wird erklärt, dass er eine sogenannte Schlingpflanze in seinen Arm abgerissen hat. Gezucht ist er in seinen Arm und in 8 und 9 wollen wir hoffen, dass er ihn wiedergefunden hat. Ansonsten hat er den Arm 3, nämlich den roten. Weil wir wissen ja, R2-D2 war sehr oft in den Folgen auseinandergenommen worden. Oder hatte den Kopf auf einen Roboter dort und so weiter. Also mit R2-D2 ist ja vieles schon mal geschehen. Also wie gesagt, das ist die zweite Ausgabe. Zusammen sehen die dann so aus. Also sind alle drin, sind also alle Figuren drin. Somit hat man fast die gesamte Geschichte und man kann die gesamte Geschichte für die, die Dioramen bauen, wunderbar verwendet. Das einfache Playset hat Disney auch reduziert, das ist das einfache. Das ist die Deluxe-Version, wo die Prinzessin jetzt als General verweilt. Wo auch Han Solo wunderbar als Harrison Ford abgelichtet und auch wunderbar zu sehen ist. Wir haben noch andere bekommen, die kommen jetzt gleich, die Figuren. Und die zeige ich euch jetzt. So, wie man unschwer erkennen kann, ist der Nikolaus auch schon so auf dem Weg zum Fenster. Weil wir dekorieren ja jetzt für November und für Dezember. Und wir machen ja dann, wie gesagt, die Show. Die Star Wars Show. Total recht herzlich willkommen zu der deutschen Version der Star Wars Show. Aber wir wollen ja auch Film, Figuren und Theater. Wir wollen also nicht nur Star Wars. Jetzt wegen Luke Wan, wegen Star Wars Unendlich. Wir haben auch heute mit unseren Leuten sozusagen im Club gesprochen. Was haltet ihr davon, wenn wir bei Null anfangen? Also vor der Geschichte. Vor Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon Jinn zum Beispiel. Und natürlich Darth Maul. Es müssen natürlich nicht unbedingt die, aber es könnte ja bei Null beginnen. Wir könnten ja auch bei hier Riven anfangen in Old Republic. Und dann so langsam auf die Eins gehen. Wir könnten also bei Null anfangen. Wir haben eine tolle Geschichte, wenn Disney Lust hat. J.J. Abrams hat Lust. J.J. Abrams hat sich ja sowieso nicht dran gehalten. Bei Sieben, bei Sieben, da schwirren ja die Geister. Es gibt ja sogar Witz. Es gibt ja im Internet so Witzseiten. Ihr müsst da drauf achten. 24 sowieso nett. Das ist keine journalistische Seite. Das ist eine Witzseite. Und in dieser Witzseite wird natürlich darauf hingewiesen, dass Sieben abgesetzt würde. Oder dass J.J. Abrams überfallen. Oder J.J. Abrams. Nee, nee, ist alles in Ordnung. J.J. Abrams hat seine 50 Jahre gefeiert. J.J. Abrams ist 50 geworden. Und sein Film Star Trek, der im Sommer gelaufen ist, kommt natürlich jetzt auch im Dezember raus. Dann sind wir auch schon wieder beim Kernthema. 5.12. geht es los. Und dann fangen wir auch mit der Show so richtig an. Weil wir haben die Rebels haben. Wir haben dann die Rebels. Zweiter Teil auf Blu-Ray. Hier in Deutschland sehen wir leider nur 11 Folgen. Bei Disney XD und nachher in Disney Channel kann man dann Rebels sehen. Und später, wenn wir Glück haben, ziemlich früh. Ansonsten auch wieder erst im Dezember 2017. Rebels, Staffel 3. Und dann läuft in Amerika schon, wenn wir Pech haben, Staffel 4. Vielleicht können wir ja mal den großen Aufruf an Disney wagen. Lieber Disney, was haltet ihr von Europa? Macht doch auch Europa gleichzeitig. Nicht nur in Amerika. Auch die Figuren. Unheimlich schwer an diese Figuren zu kommen. Ja, welche Figur war neu? Hatte ich gerade gestoppt. Heute auch mal wieder eingetroffen, nach langer Zeit. Diese Variation des Scout Jägers. Ist auch die Black-Serie, auch im Original. Deutsche Variation, beziehungsweise europäische. Kein Import. Auch Han Solo. Auch Han Solo in seinen Tantan. Ist da, was steht hier. Ja, wie immer. Ab drei Jahre, vier Jahre. Nicht erst ab neun Jahren empfehlen wir alle Figuren. Alles, was drunter ist, wegen Schluckgefahr und Weichmacher da drin, sollten Kinder ab drei, vier Jahren diese Figuren nicht erhalten. So, wie gesagt, wenn die weihnachtliche Geschichte losgeht, wenn der Weihnachtsmann erscheint im Darth Vader Kostüm oder Keinoränen Kostüm, mal schauen, welcher Darsteller sich bereit erklärt, zu Weihnachten hier aufzutreten, um dann auch mitzumachen. Ihr könnt, wie gesagt, neben der Figur, mit der Figur, ihr könnt auch selber euch fotografieren lassen im Green Room. Wir haben ab Weihnachten Special Effects hier. Nicht nur die Figuren. Wir können also euch so klein machen wie diese Figuren und ihr könnt dann in der Größe, ja, ihr könnt dann halt in diese Geschichte mit eingearbeitet werden. Wie das funktioniert, sprechen wir noch drüber. Heute wollten wir halt die neuen Figuren zeigen. Wie gesagt, Kylo Ren mit wirklich metallischem Kopf, mit seiner metallischen Maske. Ja, ist ziemlich schwer. Es liegt also auch gut in der Hand, sein Großvater sozusagen. Das waren natürlich die Sachen für ein Diorama. Das hier ist auch für ein Diorama. Ist wie gesagt wunderbar verarbeitet. Und für die Sammler sowieso ein Herzstück. Sammler, die haben solche Figuren schon längst im Regal stehen. Ja, das war es an sich auch schon. Das sollte auch nur ein minimaler Highlight sein. Wir wollten auch wieder darauf verweisen, dass neue Sachen eingetroffen sind. Und wir wollen darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, in dem YouTube-Kanal UtradewebTV, Sondersender NRW-TV, dass wir halt dieses Filmfiguren und Theater ins Leben gerufen haben im Jahre 2012. So, seit 2012, wie wir dann, beziehungsweise vorher, wie wir gehört haben, dass das Weder wohl nicht mehr erscheinen möge, weil er den verkauft. Vergessen wir alles. Jetzt sind wir ja bei Rube 1. Wir sind bei Rebels. Wir sind jetzt bei den Neuerscheinungen. Viele haben schon ihre Helme vorgestellt mit Voice Recorder. Wir arbeiten dran. Sollen wir auch einen nehmen mit Voice Recorder? Weil so ein Voice Recorder ist nicht immer so eine tolle Sache. um rüber zu kommen. An sich bräuchte man einen guten Stimmen-Synthesizer, der halt die Stimme so verändert, dass es trotzdem noch gut rüberkommt. Wir werden halt auch die Helme besorgen. Die sind gerade frisch lieferbar. Werden wir also ordern. Und dann werden wir natürlich auch hier mit einem Star Trooper Helm mit Voice Control auftreten und fragen, ob gut oder nicht gut. Wir werden auch den Kylo Reign-Helm nochmals näher betrachten und fragen, gut oder nicht gut. Da wir ja das nicht als Fan betreiben. Wir sind keine Fans. Wir arbeiten. Und wenn man 40 Jahre gearbeitet hat, für Star Wars in der Deutsch Promotion, in der Europäischen Promotion, auch in London, am Piccadilly, im damaligen Sega-Haus, sieht natürlich alles ganz anders aus. Wie gesagt, ihr seid hier in einem Studio, in einem begehbaren Studio. Ich sage zu meinem Kunden immer, ihr seid in einem Smartphone. Hier in einem Smartphone könnt ihr alles das machen, was in einem Smartphone alles funktioniert. Ich bin also euer Android und ich helfe euch. Bei der Auswahl der Figuren besorge euch die Figuren. Wir sprechen darüber. Und die anderen Sachen im Medienhaus und im Copy-Haus sagt das Wort. Kopien aller Art, Filme aller Art, Fotos aller Art, Figuren aller Art. Ist ja alles hier in diesem sogenannten Star Wars Filmclub alles mit eingearbeitet. Aber man ist halt als Kunde auch hier mittendrin, kann mittendrin agieren, kann mittendrin hier arbeiten. Und Weihnachten, Weihnachten. Wir wollen uns Weihnachten nicht vermiesen lassen. Wir wollen Weihnachten genauso starten und genauso zelebrieren und genauso mit umgehen, wie wir es immer gemacht haben. Und wir haben jetzt halt auf Star Wars uns manifestiert, weil Star Wars in die Unendlichkeit geht. Wir können, wir haben ja auch, wir haben alle Figuren da, DC, Marvel, kein Thema. Nur wenn wir die alle hier hinstellen, vielleicht machen wir das, wir arbeiten dran, wir unterhalten uns täglich, wir haben ja genügend Ecken. Eine Ecke vielleicht nur mit Star Wars, eine Ecke vielleicht nur mit Marvel. Ich habe ja sehr viele Kunden, die reinkommen und sagen, Deadman walking, Deadman walking. Also wenn ich jeden Tag mir die Deadmans angucke, halbtote Zombies und so, ich weiß nicht. Ich muss 10 Stunden, also wenn ich mir 10 Stunden die hier anschaue, mit den, ja, aber wenn der ist so halbtote, so Zombies, Leichenteile da, ist doch eine Sache. Vielleicht. So, viele haben gefragt, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Na gut, sieht aus wie eine Knutschkugel, ist aber keine. Und zwar, wenn ich hier drauf drücke, kann man jetzt so schlecht sehen, leuchtet und es ist ein Diorama sozusagen. Man kann hier in 3D an die Wand, kann man das, ja, 3D an der Wand ist also eine ziemlich hohe Leuchtkraft. Ja, man kann also verschiedene aussuchen. Viele haben ja ihre Lieblinge wie das Maul oder so. Mal schauen, vielleicht haben wir ein bisschen Zufall. Ja, kann man also wunderbar sehen hier. und dann in einem dunklen Raum. Sieht nicht schlecht aus. Ist auch so eine schöne weihnachtliche Geschichte. Also, unser Weihnachten ist halt ein Starbust. Weihnachten, wir haben einen Starbust-Tannenbaum, werdet ihr dann auch im Schaufenster sehen. Momentan ist nicht alles lieferbar. Erst so im November, Dezember ist das lieferbar und Weihnachten sollte auch an sich erst im November, Dezember ausbrechen. Wir dekorieren an sich immer erst am 24. November bis zum 24. Dezember. Ein vollen Monat mit weihnachtlichem Ambiente im Schaufenster, aber im Starbust-Modus. Ja, das haben wir vor und das wollen wir machen. Und wie gesagt, das wächst ja auch ganz langsam und deswegen ist auch die Show ziehen wir auch ganz langsam und zeigen auch ganz langsam die gesamten Figuren. Wir sind natürlich stolz drauf, dass wir wieder tolle Figuren bekommen haben. Über den Preis kann man natürlich reden. Auch wir verkaufen die nachher, nach der Show. Wir brauchen die, also wir kaufen die und brauchen die für die Show und für so eine kleine Ausstellung. Wir wollen so eine kleine Jahresausstellung. Deswegen haben wir ja auch alle Figuren bei Walt Disney gekauft, um damit arbeiten zu können. Wir können die natürlich auch von Hasbro besorgen und von Bandai. Also ist schon machbar, aber die meisten kaufen ja eh im Internet. Nur die, die nicht im Internet einkaufen möchten, die können natürlich bei uns es bekommen, haben dann sicherlich auch das Porto dadurch gespart, weil kommt ja meistens noch drauf. Man muss drauf achten, wenn man eine Figur für 9,90 Euro sieht. Ja, so eine Figur kann nämlich plötzlich 23,90 Euro kosten. Ja, 9,90 Euro, oh, die nehme ich. Da kommt 4,70 Euro. Dann kommt Porto unterwegs und ist mal plötzlich bei 23,95. Ja, toll. Ne? Ja, dann kann man die direkt in die Ecke stellen. Und dann war es das, weil einige haben die so stark reduziert, die ich gerade in der Hand hatte für 3,70 Euro bei Rewe. Ja, Rewe hatte auch zwischendurch sowas. Und, ja, wir sind aber schon am Ende angekommen. Wir schneiden das natürlich wieder wunderbar zusammen. Wir freuen uns auf Rook 1. Wir freuen uns auf die Geschichte von Rook 1, die dann in dem Todesstern sozusagen endet. In dieser sogenannten Auflistung. Also für die Fans, die halt den Falken mögen, in seinen verschiedenen Variationen, sind ja alle da. Man kann sich die alle anschauen hier. Ihr seid alle total recht herzlich eingeladen, den Shop zu besuchen, im Shop zu schnüren, sich das anzuschauen, mit den Figuren zu agieren, nur nicht komplett kaputt machen, weil wir brauchen die ja noch. Ich fürchte die dunkle Seite nicht. Ne, ich fürchte die dunkle Seite nicht. Warum auch, ne? Wie gesagt, mit Leuchtschwert, umbaubar, sind so viele Figuren da, man kann so viele Sachen daraus machen. Ich bin jetzt halt, sein bester Freund, Obi-Wan Kenobi. Wie gesagt, mit Voice, in Deutsch, in Englisch, 1 zu 1 Figuren, ja, ihr hattet ja auch schon die andere Figur gesehen, die ich gezeigt habe, eines Cis Lords. Ist nicht immer so einfach, die zu drapieren. Wir wollen nicht sprechen. Wir sehen uns, wie weit wir können, ohne dich zu tun. Sabine Wren, ist es? Du hast viel zu versen in Imperial Protocol, nicht zu sein, ein Cadet. Und jetzt, du bist nach Hause, kleine Mandalorian. So proud. Und tough, ich denke. Wir sehen uns. Wir müssen etwas machen. und enden wie Rake. Was der Empire hat für uns hat es zu sein, wird es zu sein. Sabine kam hier zu uns raus. Wir haben sie. Wir müssen versuchen. Also, was ist dein Plan? Ich werde dir sagen, wenn ich es herausfinde. Not bad. Der Empire hat mich gut erzählt. Wie gesagt, ihr könnt mit euren Syslords fotografiert werden, gefilmt werden. Wir können euch so dermaßen reduzieren, dass ihr wirklich in so eine Schachtel passt. wunderschöne Fotoarbeiten wollen wir euch anbieten, euch die Sendung anbieten, die Show anbieten und halt auch den Job. Ihr könnt ins Studio kommen, ihr könnt hier mit bei sein, ihr könnt bei den Dreharbeiten da sein, ihr seid Cosplayer. Wenn ihr Cosplayer seid, seid ihr auch total eingeladen. Wir können eine wunderbare Sendung machen, denn das ist Fernsehen für euch. Wir machen jetzt das ARD-ZDF das Neue seit dem 1.10.2016 on-air, weil das Fernsehen erfindet sich neu. Heute waren viele ältere Herrschaften da, die sich erschrocken haben, dass sie nächstes Jahr kein Fernsehen mehr sehen, weil sie ja DVB-T2 brauchen oder halt HD jetzt schon und die Karte, um halt RTL und Co. in HD sehen zu können. Man muss den Leuten das nur erklären. Ja, wie gesagt, wenn wir Glück haben, sehen wir auch alle Syslords bei Rebels. Am 5.12. kommt es. Ja, dritte Staffel. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die zweite Staffel und wenn ich Glück habe, kriegt er mir jetzt hier auch ein. So ein Juncker. Ja, wunderbar. Da ist er wieder. So, mein Lord. Sehen wir so eine Sache mit den Figuren? Also, total und recht herzlich willkommen auch zu Star Wars. Er spricht nicht. Das sind die 30 cm Figuren, die wir da haben. Wir wollen also eine kleine Show machen. Ab November, Dezember. Und dann schauen wir mal beim Film, Figuren und Theater. Ihr seht Riven aus Old Republic. Ihr seht das wieder aus allen Staffeln mittlerweile. Und natürlich vorhin Kylo Ren. Und meiner Einer ist euer Medienkanzler. Euer Medienkanzler führt euch durch die Sendung und sucht natürlich auch noch zusätzlich Moderatoren, Schauspieler, Komparsen. Es soll eine richtig tolle Star Wars Gemeinschaft werden. Ich begrüße auf diesem Weg natürlich alle 100% Begeisterte, die halt Informationen mögen. Das Wort Spoiler kennen wir nicht. Ein Spoiler gehört ans Auto. Ja, wir sind Journalisten. Wir graben und holen es raus. Wir veröffentlichen es. Und wer die Sendung Angst hat, einen Spoiler zu erwischen, weil er dann plötzlich hier die Stars sieht, plötzlich hört, dass der und der und der und der stirbt und der nicht mehr lebt und der größer oder kleiner wird und etc. pp. Das ist eben so. Wir versuchen es zu finden. Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Früher war das so. Früher traben wir uns ja mal. Was gibt es Neues? Hast du denn da was gehört? Heute ist alles verpönt. Meine lieben Freunde, wer heute nicht zuhören will, macht einfach aus. Nicht zuhören. Nein, dann gibt es auch keinen Spoiler. Wir graben aus. Wir sagen, wann wo was kommt, wie es kommt, woher es kommt, wer es hergestellt hat, warum es hergestellt hat, warum und so weiter. Wir holen es raus. Wir suchen es, wir graben es aus und wir veröffentlichen es dann hier in der Sendung, in der deutschen Variation von The Star Wars Show. The Star Wars Show ist klar, die ist bekannt, die ist aber nur für die Rebels. Dort werden auch die Darsteller, die Hersteller und alle, die damit zu tun haben, vor die Kamera interviewt. Bei uns wird jeder interviewt, der Lust und Laune hat, kann mitmachen. Ansonsten ist euer Medienkanzler immer dabei und zeigt euch halt die neuen Figuren und ich hoffe, dieser kleine Mini-Beitrag hier als Abschluss im Oktober bei den Aufbauarbeiten für die Sendung. Das ist hier der erste Schlauch und dann geht es nachher weiter. Der Kunde ist mittendrin, ja, der Kunde ist mittendrin, der kann sich das alles anschauen und wenn ihm das gefällt. Gut, wenn zu viele Kunden es wegkaufen, haben wir natürlich keine Show mehr, müssen wir alles schnell wieder nachkaufen. Versteht sich auch. Aber what's up, what's up, what's up. Es gibt die 24 Türchen-Show, 24 weihnachtliche Türchen, ja, die wir dann richtig toll animieren und dann immer was Neues zeigen. wir besorgen es, wir besorgen es, wir werden, na gut, stopp, wir werden natürlich jetzt erstmal auf Rogue One und dann werden wir versuchen, die Figuren zu bekommen von The Rebels. Ist also nicht so einfach, die Figuren von Rebels zu bekommen, weil wir müssen ja auch in der ganzen Welt rumtelefonieren, um die dann zu bekommen. Aber dann wäre es ein Import, einer mag keinen Import, der eine möchte drei Inch haben, 3,75, der andere, 15 Zentimeter und noch einmal, wir haben uns auf die etwas größeren Figuren spezialisiert, weil macht mehr Sinn, wenn wir schon eine Show machen und wenn wir da irgendetwas auf den Weg bringen, dann natürlich mit den großen Figuren, ja, aber trotzdem, wie gesagt, wir können euch verkleinern, dafür haben wir noch Special Effect Room, da könnt ihr dann drin agieren, lasst euch überraschen, euer Medienkanzler wird damit anfangen, wird ziemlich klein werden und dann in verschiedenen Storys auftauchen. Also, bald ist November, jetzt feiert ihr erstmal euer, äh, na, Kostümfest, Halloween, wir feiern es nicht, doch, einige Kunden haben gesagt, man kann doch so eine Maske auch zu Halloween tragen, haben sie recht, so eine Sith Lord Maske von Wicked Armor, nicht schlecht, ja, aber die kosten, also nicht vergessen, einige kosten doch, weil es sind Special Anfertigungen, kann man also nicht immer, also, sind Unikate, man kann nicht, gibt es also nicht in jedem Laden zu kaufen. So, wir haben sehr viele Unikate hier, die ist nicht irgendwo zu kaufen, die kommen wirklich frisch aus Amerika, frisch imported und stehen dann hier und schauen die Kunden an, ja, oder halt sind so Unikat, dass es die gar nicht mehr zu kaufen gibt oder halt Auslaufmodelle von irgendwelchen Firmen, die die dann halt abgegeben haben und dann gibt es die halt nicht mehr, versteht sich, ne? Also, wie gesagt, willkommen hier bei Star Wars Show Deutsch und euer Moving Kanzler hier verabschiedet sich und wünscht euch viel Spaß, bitte! Ich bin Kanzler. Untertitelung des ZDF für funk, 2017